Herzlich willkommen beim LändleTV-Wetter. Der Sonntag startet schon überwiegend freundlich. Speziell in den Bergen von Montafon über die Adelbergregion bis zum Bregenzer Wald halten sich zunächst aber noch ein paar dichtere Wolken. Sonst ist es schon freundlich mit ein paar durchziehenden Wolkenfeldern. Die Temperaturen sind aber in den Früh noch zunächst frisch rund 9 Grad im Rheintal, stellenweise auch nur um die 8 Grad. Tagsüber wird es dann aber deutlich milder wieder. Die Temperaturen steigen auf rund 17 bis 18 Grad im Rheintal. 15 Grad werden im Montafon erreicht und um die 14 Grad in etwa in den höher gelegenen Regionen des Adelbergs und auch um Bregenzer Wald. Auf dem Glatthorn in 2133 Höhenmetern hat es am Nachmittag ebenfalls zarte 2 Grad plus. Im Lauf des Nachmittags wird es zudem noch vom Westen her zunehmend sonnig. Die Wolken lösen sich über dem Rheintal weitgehend auf und somit erwartet uns dann ein strahlend sonniger später Nachmittag und auch früher Abend. In den kommenden Tagen geht es mit dem frühsommerlich warmen und zunehmend wärmeren Wetter auch weiter. Am Montag und am Dienstag erwartet uns perfektes Frühsommerwetter. Ein paar harmlose Quellwolken bilden sich am Nachmittag, aber es bleibt an beiden Tagen überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 24 Grad bei den Höchstwerten. Das war's vom Kachelmannwetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.